Hallo. Zwar kennen mich die meisten, wie ich vermute, aber halt doch nicht alle. Also denn. Ich bin der Johann Sebastian aus der berühmten Bach-Familie. Und ich habe im 18. Jahrhundert gelebt. Da ich unter anderem auch Kirchenmusiker war, habe ich natürlich einen Haufen Musik für die Orgel geschrieben, manchmal echt schwere Stücke, aber zwischendrin auch mal wieder was Kleineres, was nicht ganz so viel Mühe macht. Heute stelle ich euch ein solches Stück vor. Es heißt, Erstanden ist der Heigy-Christ. Das gehört zu einer Sammlung von Choralvorspielen, dem sogenannten Orgelbüchlein. Das kleine Stück wurde später mit der Nummer 628 versehen. Es ist in G-Dur geschrieben, im Dreihalbetakt, und es besteht aus gerade mal 16 Takten. Unter der Choralmelodie lässt es einen Haufen Achtelnoten wie wild herumrennen, rauf und runter, unaufhaltsam. Vor allem aber immer wieder zum Himmel hinauf, sozusagen als Symbol der Auferstehung vom Tod. Ein bisschen gemein ist vielleicht das Pedalspiel. Denn da muss man ganz schön herumspringen, mal nach oben, dann wieder nach ganz unten. Achtet doch mal drauf, wenn ihr das anhört. So, genug geredet, jetzt geht's los. So, genug geredet, jetzt geht's. So, das war's dann auch schon. Kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert ruhig mal diesen Kanal hier. Macht's gut derweil. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Johann Sebastian Ich hoffe, es hat euch gefallen.